Okay, ah, oh Gott. Hey little buddy, willkommen zu einer Folge von Happy Wheels. Es ist jetzt original zwei Jahre her, dass ich ein Video zu diesem Spiel gemacht habe. Und ich dachte mir, hey, warum kann ich jetzt nicht eigentlich nach zwei Jahren mir das Spiel nochmal angucken, gucken, was sich verändert hat. Weil es hat sich ja bestimmt irgendwas verändert, hoffe ich mal. Wir gucken uns natürlich die beliebtesten Level diese Woche an, also Playcount oder sagen wir mal diesen Monat, weil ich habe ja ewig nicht mehr gespielt, also das macht schon 130.000 Mal wird es trotzdem gespielt. Also es ist immer noch super beliebt, das Spiel. Okay, gucken wir uns mal das erste Level an. Pogo Fight. Eins gegen zwei. Oh, okay, das Konzept mag ich. Oh, okay, er steckt aber... Okay, Moment. Ich mochte das Konzept, bis ich hinten mit mir drin ein Schwert drin stecken hatte. Bis dahin war ich ein großer Fan von diesem Konzept. Aber wir haben es trotzdem geschafft. Okay, das Konzept ist ausbaufähig. Ich habe es nicht gerne, wenn ich Schwerte hinten drin stecken habe. Aber ansonsten war es ein gutes Konzept. Wir haben es locker reingeschafft. Alles geil. Das Ende der Welt ist das nächste Level. Ich denke mal, wir müssen... Okay, warum ist das Ende der Welt? Das ist einfach ein Typ, der isst nur Ananas. Oh. Äh. Aliens. Okay. Aliens sind das Ende der Welt. Okay. I get it. Ja. Das Ende der Welt. Ich weiß, ich weiß. Okay, darf ich raus? Äh. Most of the... Ach, come on. Als ob irgendwer in Happy Wheels sowas langes liest. Okay. 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 Das war ein bisschen... Familienfreundliches Video. Hey. Hey. Schieb Leichenteile von mir her. Hey. Das ist familienfreundlich alles. Hey. Ich fahr jetzt nach hier... Da oben wird ein Typ aufgegessen. Kann ich gerade aus? Nö. Hey. Dann fahr ich jetzt hoch. Hey. Fress bitte mich nicht auf. Hi. Hi. Ich kann nicht weiter, weil das steckt. Ein Oberkörper... Familienfreundlich. Hey. Okay. Das... Oh, was ist passiert? Oh, Gott. Okay. Eieieiei. Eieieiei. Okay. Gut. Das sieht nicht gesund aus, Dude. Was du da machst. Bist du PewDiePie oder was? Oh, ja? Aber kannst du das machen? Hier ist Santa Claus. Santa Claus! No! Du hast den Ball jetzt mal getötet, du Schwein. Oh, du hast den Ball jetzt mal getötet, du Schwein. Jesus, was passiert hier? Ja, tot, 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 tot. Sprung. Okay, das Level ist auf jeden Fall interessant gemacht. Ich darf nur nicht sterben und ich bin sehr nah am sterben gerade. Ich habe nicht mehr so viele Körperteile, die an mir hängen. Ich tue den auch mal... Hör mir! Leute, ich liege hier auf dem Boden. Könnt ihr mich auch noch retten? Leute, ich liege hier doch rum und verblute. Könnt ihr mich nicht auch noch retten? Hilfe! Oh Gott. Okay, ich würde sagen, das reicht aber auch vom Level. Ich denke, wir haben genug gesehen. Theoretisch könnten wir noch das Level wahrscheinlich durchspielen, aber ich finde es ehrlich gesagt ganz gut, das Bild, wenn wir hier einfach tot auf dem Boden liegen und der alte Mann und der andere Typ sich hier handreichen. Das ist familienfreundlich. Das ist familienfreundlich. Cool. Runterfallen Pfeile. Okay, was ist das, was das bedeutet? Ich denke, das bedeutet einfach exakt das... Ah! Ja! Okay. Okay. Es ist relativ simpel zu verstehen, was das so bedeutet. Wir fahren weiter und dann sind da Bereiche und manche Bereiche sind cool und manche sind böse. Okay, der coole Bereich wird immer kleiner. Okay, das ist auch ein cooles Level eigentlich. Minen... Wie Minenfeld. Wie Minenfeld. Was soll das... Was soll das bedeuten? Ähm... Bin ich nicht tot? Muss ich da drüber springen? Höh! Okay. Super, okay. Okay. Okay, ich bin tot. Oh Gott! Ich lebe noch! Oder? Ich lebe noch! Ja! Ich lebe noch! Komm, flieg ins Ziel! Flieg ins... Ah Gott! Ist noch hier drüber. Höh! Alles easy! Sehr gut! Gibt es noch ein Level? Hey, das war's! Wir haben's geschafft! Awesome! Awesome! Okay, nächstes Level. Safety... Ne, Simi ist mir egal. Kann vor mir sterben. Die Seilschwing-Aktion finde ich auch nicht so cool. Pogo Fight Wet! Okay, es war eben schon cool der Pogo Fight. Äh, okay. Ich muss aber das Pogo auch auswählen, ne? Das ist der Pogo Stick. Okay! Pop! Hey, Junge, was geht? Hey, Junge, was geht? Hey, Junge, was geht? Au! Okay, Achtung! Jo! Okay! Ah! Gott! Das ist mein schlimmste Tod überhaupt. Okay, nochmal neu. Ah, okay. Den überspringe ich. Den will ich gar nicht töten. Den überspringe ich auch. Oh, okay. Nee, das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Hm, wieso sterbe ich immer so traurig? Hilfe! Okay. Okay. Okay, sie hängt in Luft, die Axt. Okay. Oh nein. Oh nein! Okay, sie steckt einfach nicht mehr drin. Das ist okay. Das ist okay. Das ist okay. Das ist okay, wenn die hinten drin steckt. Das ist okay. Das ist quasi ne Waffe. Ja, das ist quasi nur ne zweite Waffe, die wir jetzt haben. Das macht ihn stärker. Ja, jetzt steckt noch mehr in uns drin, aber jetzt steckt zu viel in uns drin. Okay, cool. Danke. Danke, Spiel. Das war ein bisschen zu viel, was immer drin gesteckt hat. Let's what she said. Okay, wir jumpen weiter. Äh, jumpen weiter. Hm. Okay, cool. Ja. Wir haben uns nicht selbst aufgespießt. Wir stecken zwar in ihn drin, aber wir können ihn doch wegtransportieren. Ja. Ja, 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 ja. Alles gut. Okay, die hat uns betrogen, schließt er. Warum? Mega unnötig die Information. Kraka Tower! Boing! Sehr gut. Okay, der von der Endpost. Da! Wir leben noch. Wir leben immer noch. Auch wenn das in uns drin steckt. Hm. Hm. Kann das bitte aus mir rausgehen? Familienfreundlich. Okay. Okay, ich glaube, es geht nicht aus mir raus. Hey! Zack! Ja! No! Komm! Nein! Der dicke, der dicke Typ steckt jetzt nicht mehr drin! Nein! Nein! Ich will doch nur das Level schaffen. Das ist doch schon zu Ende. Warum steckt der immer zum Ende zu mir drin? Okay. Hier vorne ist es ja immer easy. Und dann kommt halt immer irgendeine Kacke. Dann kommt immer irgendeine Kacke. Der dicke Typ. Der dicke... Okay, wow. Bin nicht gestorben. Steckt nur immer drin. Steckt nur mit drin. Das gibt mir ne... Immer noch nicht tot. Ich hab ne bessere... Bessere Reich... Immer noch nicht tot. Immer noch nicht tot. Immer noch nicht tot. Komm. Lass mich... Nein, lass mich da... Lass mich da drüber. Ich mach das nicht nochmal. Ich mach das nicht nochmal. Jetzt drüber oder gar nicht. Ja! Nein! Oh Gott! War das schwer? Also es war nicht schwer. Es war nervig. Weil immer der dicke Typ auf mich runtergefallen ist zum Ende. Jet one. Hart. Okay. Go! Ja, das soll schwer sein. Okay. Das war Happy Wheels. Und... Ich weiß nicht wie lange das Video geht, aber ich hab jetzt ja echt ein paar Level gespielt. Ich hoffe es geht lang genug. Also... Über 6 Minuten würde ich sagen. Wenn es unter 6 Minuten geht, dann dürft ihr mich beleidigen in den Kommentaren. Aber ich hoffe es geht über 6 Minuten. Und ansonsten würde ich sagen, ähm... Habt ihr eigentlich Spielevorschläge? Dann schreibt mir die mal in die Kommentare. Weil aktuell bin ich schon ein bisschen am Suchen nach Spielen, die ich spielen will. Suicide Guide zum Beispiel ist ja ein Spiel, wo aktuell ein DLT draußen ist. Ähm... Aber das will ich ehrlich gesagt nicht spielen. Weil spielt jeder und ich krieg davon krass Motion Sickness. Also... Äh... Wenn ein Übel wird vom Spielen, weil sich das alles so komisch bewegt. Und ich könnte das aufnehmen, aber dann ist mir eine halbe Stunde danach übel. Einfach weil mein Körper Ego-Perspektive nicht so gut verträgt. Und äh... Zumindest bei manchen Spielen. Bei manchen... Es ist zu komplex, um jetzt darüber zu reden. Auf jeden Fall, Leute. Äh... Wir sehen uns dann bis zum nächsten Video. Ihr könnt ja mal ein paar zwei Jahre alte Happy Wheels Videos gucken. Sind unter mir verlinkt. Und ansonsten sehen wir uns dann bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Und tschau! Bis zum nächsten Mal, Leute. Excuse me. Und da oben.